mit 1.03.22 dann Holger Hofemann der führende oder der Zeitschnellste nach dem ersten Training mit 59.88 er hat natürlich mitbekommen dass die Konkurrenz herumdoktert an der 1 Minuten Schallmauer auch Dieter Rottenberger die 395 im Ex-Rundstrichenauto im 3er BMW mit 1.00.41 1.00.41 und dieser Motor bei Holger Hofemann soll ja nicht mehr gehalten den Weghaus soll abhalten bei der 1.01 Hofemann und Armin Wann schon mit 0.45 1.02.45 und die Mario Minitberger kann sich hier gewaltig vermessen gemesslande Hinterklasse mit 58.78 58.78 die Stadtruf 412 Hofemann und die Walder für den Anzeigen geht er auf und es gibt weitere Zeiten zunächst einmal von Armin Wann die 4.32 mit dem Hofemann der Westreich und der Rotmann die 432-102 genau ja weitere Zeiten zunächst einmal Sigi Haust 1.05.06 Verbesserung für ihn 1.05.06 Sieg mit auf Permettinger der 433er BMW M 06.39 hochgeschlagen Michael Burckhardt der Wiggensbacher mit dem Fabin Polo aus Eschholz-Matt in der Schweiz regieren wir der Audi 50 nach Interswiss Reglement vorbereitet auf die Strecke geht in der Nähe von Salzburg auch von einer Gemeinde beschäftigt ist in Armin Wann der Ampli mit dem Motorrad mit dem Schuss also die 442 1.12 1.188 Thoma hatten wir die 433 mit 1.7 hier Ratto mit dem Pescholz bereits im Ziel die 444 erreicht 1.14.89 Michael Burckhardt bei Schwerer im Fabin Polo die 443 1.11 und Franzweiler ist im Ziel mit dem Fahrt für Eschholz 450 1.6 40 1.06 445 Meinder mit dem Audi 80 der Mann ja ansonsten auch der junge Mann mit einem Fabi Passat zum Beispiel unterwegs ist so der noch eine Opel zu Hause steht dran also kann auch es machen es bei dem Dichter Incidio der Kfz Meganecker der Zikaliner aus Jaren-Alm noch vorne zurück heute vorgegeben die Schlage aus 458 das ist der Andreas Könnmeier aus dem Allgäu 78 413 auf dem Renault Bio in der Schweiz zu Hause in Heiden in Heiden in Heiden Papua Renault Bio Kraft alles das hat er betreten 1998 von die Airbind in Heiden in Schweizer entscheidet nach Christian 50 das ist der Start von Christian Auer mit dem von Deo hochbau 6 Motor mit der vollständige Basis ja auch vorwärts gehen wird jetzt auch mit Andreas Marco dem führenden Mann in der österreichischen Turenbahn Bergmeisterschaft auf dem Audi ist EW 20 Jahre ist er jung dann Herbert stolz 487 bereits gestartet Michael Jelinek also definitiv alles in Hand der Motor auf in der auf auf wenn es ausgeschnitten ist Michael Jelinek bereits unterwegs mit dem Subaru in Bresen auf zu bauen dann Friedrich aus der schweiz aus Mutti auf dem BMW 3520 E30 das macht er jetzt auch ein bisschen schwarze Rauchentwicklung und es gibt erste Zeit zunächst einmal für Philipp Reindl für die 485 103 93 Herbert stolz die 487 Valerie Ullmann aus der Schweiz im Alltag angezübte Mazda 33 23 und die in Sonnach mit offenen Klasse sind die Führende der Salzburger Landesmeisterschaft der Röntiger 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 Meißel an der Linie der Mann aus Neugern in der Schweiz der diplomierte Automobil Nachbarn und Röntiger der unter Schüttember von Röntiger Einfach Heiligen Röntiger 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 Rieto Meisler, 55, 38, Rieto Meisler, 493, Felix Beilerscheidung. Aber hallo, jetzt geht aber hier die Most ab. Bildabuchstart von Hans Schori, bring dich ab, hier richtig ausgebucht. Und Georg Blaser macht sich startbereit im BMW 320. Also, die 557, 555, 555 und der einzige GT in diesem Wettbewerb. Die 35 Hans Dahlmeier, der mit seinen 250 Bs jetzt gestartet ist, dahinter. Ich mache da was über 90 4 Bs. Er hat's am Motorsport entwickelt worden. Und, ja, und jetzt wird's hochinteressant. Hans Schori, zunächst mal mit dem Mitsubishi, 57, 96. Und ihr Vergleitung, der Vergleitung, werden mit der 39 Uwe Römer gestartet. Und jetzt ist Uwe Römer. Wankl und NSUTT ist heute bei den NSU in einem Teil. Uwe Römer unterwegs. War zuerst in der Formel 3 tätig. Dort hatte er sehr viel Pech. Ganz einfach deshalb, weil er mit technischen Problemen zu treffen hatte. Uwe Römer konnte sich verbessern. Und 6 Sekunden auf 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. War zuerst in der Formel 3 tätig. Dort hatte er sehr viel Pech. Ganz einfach deshalb, weil... 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1... Ap Ogere mal das. Vielen Dank.